Das finde ich klasse. Mir kam dieser Weg da ins gar nichts, kam mir irgendwie komisch vor. Oh, ist das schön. Gut, die Unverwundbarkeit brauchen wir jetzt nicht mehr, aber egal. Hopp. Aber das finde ich schön. Das finde ich so schön, dass wir das Ding gefunden haben. Das ist toll. So, alle, hopp. Wow, was war das denn? Irgendwie hat der Doppelsprung nicht gewollt. Okay, hier hoch und hier hoch. Dann waren wir hier durchgehuscht, hier bei den komischen Runenzeichen. Und ja, dann mussten wir da lang, nehme ich an. Oh, ich hasse diesen Mist. Alter, das geht hier so tief runter, das ist nicht gut. Alle, hopp. Oh, das wird immer weiter. Hoppala, so. Und den Schädel reinrücken. Ah, okay. Äh, das war das. Mal kurz gucken, haben wir hier alles? Oh nein, wir haben hier ja fast noch gar nichts. Hä? Achso, da unten ist eben erst aufgegangen. Oh, da ist noch so eine Zwischenebene, da waren wir noch nicht. Und geradeaus gegenüber da hinten, da waren wir auch noch nicht. Jetzt verraten wir mal, kommt man... Oh, komm ich da hin? Komm ich da irgendwie hin? Okay, vielleicht, vielleicht komme ich da, darum da hin. Das könnte sein. Ähm, aber ich würde gerne erst mal gucken, hinter mir, diese, diese komische Zwischenebene. Wie man da hinkommt. Das war, glaube ich, hier nochmal zurück, ne? Ähm. Nee, zurück gar nicht. Hä, aber da oben warm war. Wie kommt man denn da hin? Okay, äh, Moment, ich, äh, das würde mich jetzt aber mal gerade brennend interessieren. Nicht, dass wir da wieder was vergessen. Wir sind überall so komisch, Ruhnenzeichen. Ähm. Okay, wir wollen also da ein Stück hoch. Ah, hier ist immer noch nicht offen. Aber durch die gelbe Tür kamen wir da hin, oder? Ja, hier kamen wir doch da hin. So, das ist der Bereich. Da unten, ach, da unten? Okay, wir müssen wieder irgendwie ein bisschen höher kommen. Da sieht's höher aus. Wartet mal, hier ist noch irgendwie Munition. So. Genau, das war die Rüstung. Da waren wir. Da der andere Bereich. Da hinten war noch was. Allez, hopp. Allez, hopp. Und hopp. Und hopp. Hoppala. So. So. Jetzt sind wir hier. Ja. Aber das hier, das war doch der Start. Das war doch der Start. Von hier sind wir doch gekommen. Hier ist doch nichts. Oder kann man schon hier irgendwo... Nein, hier ist nichts. Das war der Start. Das war... Ist ja Quatsch. So, aber bevor wir jetzt viel weiter gehen. Das war der Start. Da war die Teleporter-Gedöns-Geschichte. So. Wir müssen hier irgendwie nach unten. Hä? Moment mal, in welche Richtung gucke ich jetzt? Hä? Da ist auch noch so ein Teleporter-Ding. Okay. Ich nehme an, wenn da noch ein Teleporter ist, dass man da von irgendwo anders reinkommt. Und nicht von hier. Bäh. Okay. Wenn wir da von irgendwo anders hereinkommen, dann denke ich, sollten wir erst mal weiter gehen. Die Rüstung haben wir nicht gebraucht. Die hatten wir aber gefunden. Ähm. Position haben wir. Das haben wir. Rüstung sieht auch gut aus. Das sieht gut aus. So. Dann waren wir hier durch die blaue Tür. Das klingt so, als wäre hier noch irgendein Sportsfreund unterwegs. So, das haben wir auch alles gemacht. Doch, dann gehen wir erst mal kurz weiter. Vielleicht kommt da ja noch der Teleporter. Shit. Okay, dann probieren wir mal unser neues Spielzeug aus. Okay, schön, aber nicht ganz so präzise. Au. Die hingegen sind sehr präzise. Dann versuchen wir es. Oh, oh, oh. Komm, Sportsfreund. Ich brauche ich. Nein, war das falsche Bein. Verdammte Kacke. BAM! BAM! Na. Uh. Ja. So. Das war er. Äh. Rechte Bein. Jawohl. Sehr schön. Das haben wir auch geschafft. Jetzt können wir wieder alles wegputzen, so wie wir wollen. Hier ist doch noch irgendwo wer. Da. Das warst du. Oh. Shit, shit, shit. Oh, wo kommt ihr denn weg? Kettensegen-Benzin finde ich super. Wo, wo, wo? Da hinten. BAM! Ja, du kommst auch weg. Au, 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 au. Au, geh weg. Verdammt, da kam der. Oh. Ja, super. Oh, hier haben wir noch schönen Verstärker. Verdammt, das hat nicht von der Höhe gereicht. Waffenpunkte halten. Okay. Sehr schön. Puh. Moment. Das würde ich aber gerne... Ah, ja. Ja, guckt mal, das ist hier. Ist das nö, ist kein Geheimnis, aber das machen wir jetzt erstmal. Rudenprüfung. Schwäche mit dem schweren Sturmgewehr drei Höllenritter und führe dann tot von oben Glorykills aus. Was? Schwäche... Oh, okay. Das gefällt mir, glaube ich, gar nicht. Oh. Und das auf Zeit. Na, ich bin gespannt. Das wird lustig. Nein, eigentlich nicht. Egal. Wir gucken es uns an. Wir gucken es uns an. So. Haben wir gerade gelesen. Nein, das war keiner von oben. Verdammter Mist. Ah, lass mich los. Nein, keine Muni mehr. Scheiße, da sind erst zwei. Das gibt's nicht. Oh nein, das müssen diese von oben sein. Verdammte Kacke. Oh, die Muni geht mir aus. Shit. Nein, oh, verdammt. Boah, das ist ja richtig assi. Scheiße. Na, dann wollen wir das Ganze mal nochmal versuchen. Okay. Darauf achten, unbedingt nur von oben killen. Und wir brauchen Munition en masse. Oh, was? So, das war der erste. Oh, dieses kleine Ungeziefer noch da nebenbei, ey. Das nervt. Ja, jetzt reicht die Zeit wieder nicht, wa? Komm schon. Nein, das war wieder der falsche. Ich glaub es nicht. Munition ist auch noch alle. Verdammte Kacke. So, das war der zweite. Keine Munition mehr. Ich fass es nicht. Boah, wie ätzend ist denn das? Den schaff ich doch nicht in neun Sekunden zu schwächen. Und die Munition ist schon wieder alle. Das gibt's doch nicht. Boah, was ein Scheißdreck. Boah, ist das nervig. Was ein nerviger Mist, ey. So, dann wollen wir mal sehen. So, das war der. Das war der. Okay, wir haben genug Zeit. Wo ist er? Ich muss aufpassen, wo ich hinspringe. Boah! Boah! Na, endlich. So. Okay, Suche und Vernichte. Wir haben's geschafft. Puh, endlich. Meine Güte. Das empfand ich gerade als irgendwie nervig. Aber ich glaube, ich hab mich die ersten Versuche auch nur dumm angestellt. Na gut. Dann wollen wir mal wieder. Zurück zum Spiel. So. Hallo, bitte laden Sie jetzt. Na komm, 95. Hopp. Jawohl. Weiter geht's. So, das war das. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir noch einiges hier vergessen haben einzusammeln. Äh, Lebensenergie und Rüstung brauchen wir nicht. Ist auch nur Lebensenergie und Rüstung. War hier keine schöne Munition mehr oder so? Da ist noch Muni, sehr gut. Auch nur Lebensenergie, auch nur Rüstung. Ah! Wir haben die Karte. Sehr cool. Das ist schön. Okay, dann... Achso. Haben wir hier noch einmal Text übers Heiligtum. Waffen. Die Chaingun. 220.000 PSI läuft. So. Monster haben wir auch neue. Die verlorenen Seelen. Die ollen kleinen Schreihälse. So. Und wir haben, ähm... Eine neue Rune gekriegt. Ansauger brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir denn? Neu. Suche und Vernichte. Erhöht die Entfernung, was, äh... Aus der Suchen und Vernichten durchgeführt werden kann. Ach, Glory Kills aus größerer Entfernung. Okay. Ne, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Gute Ausrüstung. Munitionsboost. Benebelt und verwirrt. Äh... Gute Ausrüstung finde ich, glaube ich, ganz schön. Hallo? Ach, gute Ausrüstung haben wir schon. Och ja, ich bin ein Trottel. Ähm... Ja, komm, dann nehmen wir einfach mal Suchen und Vernichten rein. Äh... Schalte 75 Dämonen per Glory Kill aus. Dann ist das verbessert. Gut, machen wir. So. Wie sieht das hier aus? Äh... Töte 30 Mal mehrere Dämonen mit einem Schuss. Für den Doppeltrouble. Müssen wir auch noch machen. Was haben wir hier? Achso, da haben wir noch nichts Neues für gekriegt. Da auch nicht. Was haben wir denn hier? Zielerfassung. Schnellere Erholung. Finde ich gut. Machen wir. So. Für unseren Anzug haben wir da noch was Neues. Zwei, vier ist alles so teuer. Was können wir hier? Adapt, du wechselst schneller die Waffe. Ja, komm, kost zwei Punkte. Machen wir jetzt einfach mal. So. Haben wir uns wieder ein bisschen aufgewertet. Hoppala. So. Jetzt wollen wir hier noch ein bisschen Muni sammeln. So, und dann haben wir gesagt, Karte. Äh, okay. Hier rechts von mir geht's noch höher. Da geht's im Allgemeinen noch höher. Achso, da müssen wir aber auch hin. Warte mal, wie viele Treppen sollen denn hier sein? Hä? Das sah doch jetzt eben irgendwie so aus, als wären das mehrere. Das ist die? Da links soll auch noch was sein? Okay, da ist aber Gitter. Da kommt man so nicht durch. Hier soll irgendwie... Ah, auf halbem Weg zurück was sein? Jawohl. Da haben wir wieder ein Geheimnis gefunden. Sehr schön. Jetzt will ich auch noch mal gucken, was fehlt alles. Es fehlen noch zwei Geheimnisse. Zwei Elite-Wachen. Die Felddrohne und noch eine Runenprüfung. Das ist ja noch einiges. Aber so wie es aussieht, kommt da hinten auch noch ein Riesenbereich. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie wir da hinkommen. Oder dort. Wir waren auch noch nicht an der Runenprüfung. Okay, ich gucke gleich mal, erstmal, wie das aussieht. Hier, ob es ein Teleporter da reinkommt. Jetzt werden wir weitergehen. Und dann schauen wir mal. Wir werden jetzt also durch kein Portal steigen, oder was? Bevor wir hier nicht ein bisschen mehr gefunden haben. Äh, was? Was haben wir hier? Ah, guck an. Ja, meins. Wo wir gerade von gesprochen haben. Nein. Ach, guck, so kommt man hier hin. Da liegt auch noch ein PDA. Ja, das ist doch schön. So, äh, Moment mal, geht's hier? Nee, hier geht's nicht weiter. Das ist einfach nur... Genau, hier können wir aber noch Geschichte abholen. So, den schmeißen wir schon mal an. Gestält durch die Feuer der Hölle, blieb sein eiserner Wille auch in dem Übergang stark, der die Schwachen verführt. Denn nur er war der Hellwalker, der entfesselte Jäger, der nach Vergeltung suchte. Überall. Im Schatten, im Licht, im Feuer, im Eis. Am Anfang und am Ende. Und er jagte die Sklaven des Schicksals mit unglaublicher Grausamkeit. Denn er überschritt die Kluft, wie vor ihm nur die Dämonen es vermochten. Okay, sehr cool. Das steht hier ein bisschen heklig. Hier ist auf jeden Fall der Teleporter. Das heißt, wir haben den Bereich jetzt ein bisschen erkundet. Und mal gucken, wo uns der Teleporter hinführt. Okay, da sind wir wieder da. Hier geht's zurück. Oder so. Okay, ich muss gestehen, so langsam komme ich etwas durcheinander mit den Teleportern hier. Da war die Automap. Und, äh... Nee, wir wollten da hinten aber auch noch irgendwo hin. Hier ging's doch noch woanders lang. Wir waren hier doch noch nicht fertig. So. Aber zu dem blöden Ding bin ich immer noch nicht gekommen dadurch. Okay, jetzt mal gerade die Teile ausprobieren. Alle hopp. Ja, cool. So. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, da kommen wir da hin. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein PDA. noch ein Eintrag zum Doomerin. So. Und so. Und so. Ein langer Eintrag, aber schön. So, hier haben wir den zweiten Schrift des Schlechters Eintrag. Klack. Das war das. Ähm, ja. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Was? Oh, was haben wir da denn? Präzisionsbolzen. Oh, das. Oh, ja. Das wollen wir haben. Boing. Dankeschön. Klack. Eine neue Fokuslinse für unsere Waffe. Oh, ja. Das find ich super. Das find ich kracher. Ja. So. Da waren wir aber schon. Da unten scheint nichts mehr zu sein. Aber. Hier geht's jetzt in den neuen Bereich weiter. Nee. Hä? Da geht's auch wieder dahin zurück. Das heißt, wenn wir hier durch sind, rutschen wir hier runter. Und kommen auch wieder in den anderen Bereich. Hoffe ich zumindest. Nee, ich will jetzt aber erst nochmal zurück. Es tut mir furchtbar leid. Vielleicht beschleunige ich das auch ein bisschen. Aber ich will unbedingt nochmal zurück. Ich will die andere Runenprüfung noch haben. Ähm. Okay. Relativ richtiger Weg, wenn's hier rechts rum geht. Jawohl. Hier waren wir auch nicht. Hä? Hier waren wir doch lang. Wo waren wir hier denn nicht? Ach, das... Ja, ich weiß nicht warum. Wir werden hier optisch höher angezeigt. Deshalb ist das nicht aufgedeckt. Ja gut. Ist egal. Das ist der Bereich. Wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen Tatskraft nochmal zurück. Das darf nicht wahr sein. So, hier über uns. Hopp. Hopp. Verdammt. Hier kommen wir auch nicht weiter. Aber da waren wir doch schon drin. Ich kapier das immer nicht. Stimmt, da waren wir über die andere Seite drüber gekommen, ne? Ähm. Ähm. Nö. Also, ja klar, äh, hinter uns geht's hier auch rum. Und das ist, äh, hier hinter der Tür war der Teleporter. Also, ist da nichts Geheimes mehr. Aber, ich überlege gerade, wie wir... Seht mal, seht ihr das? Da oben drüber ist irgendwie was. Da. Da kann man doch... Ja, aber da lang kam ich nicht. Wenn ich mich nicht sehr irre. Ja, hier kam man nicht rein. Das ist dieser andere Weg. Ähm. Ja, das ist ganz normal. Der Weg zur blauen Dingensbummester. Der Weg zur blauen Tür. Das ist da drüber. Da kann ich nicht hoch. Hier kann ich auch nicht durch die Wand oder so. Das ist durch die blaue Tür. Da wollen wir nicht hin. So, und wenn mich nicht alles täuscht, waren wir doch hier. Okay, da war aber ein Gitter. Jetzt ist das Gitter weg. Das scheint nach irgendeiner Aktion oder wenn die blaue Tür offen ist oder so, scheint das Gitter sich aufzulösen. Dann machen wir das einfach mal. Grundprüfung. Töte Imps mit der doppelläufigen Schrotflinte, um dich vier Sekunden lang bewegen zu können. Du kannst Imps töten oder verschonen. Erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Um mich bewegen zu können. Ich muss töten, um mich bewegen zu können. Okay, das klingt echt ekelhaft. Dann schauen wir mal. Oh ja, ich kann mich Tatskraft nicht bewegen. Solange Ich, äh, nicht töte. Man kann sich nicht bewegen. Und ich muss die Zeit beachten. Wie krass. Du kannst dich nur vier Sekunden bewegen nach einem Kill. Ich hör das, was ich zu tun. Ich kann mich hier auch nicht nicht bewegen. then ich bin ja auch nicht bewegen. Ich kann mich ver thatbundern konnten. Das warst du! Ich bin ein großer Höre. Ich bin ein очesifizierte. Das war doch wenig zu tun. Boah, das ist aber hart Okay Wildheit, du führst Glory-Kills schneller aus Das finde ich gut, das will ich haben Wir hatten ja eben nur so aus Spaß eine Alternative gewählt Aber schnellere Glory-Kills, das will ich haben, das finde ich gut Das möchte ich mal ausprobieren Wenn wir dann hier weiterkommen Gott sei Dank sind wir nochmal ein Stück zurückgegangen Das war ja echt, das war die Sache wert So Wildheit Suchen und vernichten, gute Ausrüstung Da nehmen wir das, Wildheit So Waffen Gaussgewehr Achso, der neue Eintrag für den Präzisionsbolzen Und hier können wir auch Energieeffizienz und Leichtgewicht nehmen Ja, da müssen wir aber erst noch ein bisschen wieder sammeln So Super Sache das Das haben wir Dann können wir jetzt auf schnellstem Ne Auf schnellstem Wege wieder retour Rechtsblaue Tür und weiter geht's Jawohl So Alle hopp Und dann haben wir's Sorry Leute, nicht böse sein Aber das war mir wirklich wichtig Äh, war das der richtig? Ja Und dann ging's hier, glaub ich, hoch Ja, ja, ja Wir kommen dem Ziel näher Hier, da oben Läuft Genau Den hatten wir auch genommen Und dann wollen wir hier lang Hopp Oh Okay, die sind also auch hier langgegangen Wow Okay, ich dachte, hier ist noch irgendwas Nein, ist nicht Ja, dann Da ist nochmal doppelläufige Schrotflinte Ein paar Granaten Bisschen Muni Bisschen Rüstung Speicherpunkt erreicht Okay